Josef Fröhlich war der Hofner Augusts des starken Leben. Fröhlich wurde als Sohn eines fahrenden Händlers und der Enkelin eines Mühlenbesitzers in Althaussee in der Steiermark geboren. Vor der Geburt war sein Vater gestorben und so wuchs das Kind in der Mühle des Großvaters auf und er lernte zunächst das Müllerhandwerk. Auf der Walz lernte er erste Taschenspielertricks kennen. 1719 heiratete er Ursula Leinbach, die ihm zwei Söhne und eine Tochter gebar. Fröhlich erhielt zunächst eine Anstellung in Bayreuth als Hoftaschenspieler bei Markgraf Georg Wilhelm. 1725 kam er zum ersten Mal an den Sächsischen Hof in Dresden. Etwa ab 1726 wurde ihm zum Zwecke der Unterhaltung der gelangweilten Hofgesellschaft als Hoftaschenspieler der Baron Gottfried Schmiedel zugeordnet. Beide bildeten bis zum Tod des Baron im Juli 1756 30 Jahre lang ein historisch berühmtes drolliges Paar. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete fröhlich im Jahre 1727 die Bäckerstochter Eva Christiane Zöbler und siedelte mit ihr endgültig nach Dresden über, wo er den offiziellen Titel königlich-kurfürstlicher Hoftaschenspieler erhielt. Mit Zauberkunststücken, derben Scherzen und Spottgedichten unterhielt er seine Zeitgenossen. Da August der Starke gleichzeitig auch König von Polen war, war Fröhlich ebenfalls oft zwischen Sachsen und Polen unterwegs. Mit seiner zweiten Frau hatte Fröhlich zwei weitere Söhne. Am 1. Februar 1733 starb August der Starke. Sein Nachfolger Friedrich August II. galt zwar als nicht so lebensfroh wie sein Vater, doch behielt Fröhlich seinen Posten und bezog weiterhin sein Gehalt. 1754 erhielt Fröhlich eine königliche Hofmühle in Marienmont bei Warschau auf Lebzeit. Er blieb jedoch in Dresden und ließ sich im Jahre 1755 auf der Ostseite des nördlichen Brückenkorps der Augustusbrücke ein Wohnhaus errichten, das im Volksmundnaren Häusel genannt wurde. Es wurde 1938 in eine Gaststätte umgebaut, 1945 bei den Luftangriffen auf Dresden schwer beschädigt und später abgerissen. Am 29. August 1756 marschierten 70.000 preußische Soldaten in Sachsen ein und besetzten am 10. September Dresden, der Siebenjährige Krieg hatte. Begonnen. Fröhlich floh mit seiner Familie nach Marienmont nahe Warschau, wo er am 24. Juni 1757 starb. Josef Fröhlich als Motiv in der bildenden Kunst. Josef Fröhlich wurde von den zeitgenössischen Künstlern ausgesprochen häufig dargestellt, fast noch häufiger als August der Starke selbst. Unter anderem wurde Fröhlich, gekleidet in seine heimatliche steirische Tracht, 1747 von Bernardo Bellotto genannt Canaletto, porträtiert. Einige dieser Werke sind in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden ausgestellt. Im grünen Gewölbe befindet sich eine mit Gold-, Silber- und Edelsteinen verzierte Elfenbeinfigur auf einem Holzsockel. Sie wurde von Karl August Lücke D. Jade geschaffen und zeigt fröhlich auf einem zweirätrigen Karren sitzend, der von zwei Schweinen gezogen wird. Der Clou. Öffnet man ein Türchen an der Rückseite des Wagens, so wird sichtbar, dass es sich um einen fahrbaren Nachtstuhl handelt und fröhlich mit heruntergelassener Hose darauf sitzt. Aus der Zeit um 1730 stammt eine Büste Fröhlichs aus Meißener Porzellan von Gottlieb Kirchner, die in der Porzellansammlung ausgestellt ist. Am ehemaligen Standort des Narrenhäusels wurde im Jahre 1978 eine von Heinrich Appel geschaffene Bronzeplastik aufgestellt. Hans Joachim Schädlich verarbeitet das Lehm Fröhlichs in seinem 2015 erschienenen Werk Narrenleben.